Nochmal, Alton, Max ist behinder. Ihr wisst nichts. Ich muss euch mal eine kleine Story sehen, euch. Vor zwei Jahren war er ein Einsatzstorpe. Er hatte zwei Kuhle hintereinander abzaubert. Er hat eine Nü und Not insammt sich, wenn er ein Hologramm aus sich macht. Weil er 180 Schüsse durchstammt wurde. Er stand Terror. Weil, tja, das Problem ist, er hat 40 Schüsse auf ihn abfolgt. Nenn mal vor, 40 Schüsse in den Namen. Er war zersiniert in Italien. Weil er Wunsch da arbeite. Dann habe ich jetzt rückholt ihn. Und das war richtig schlimm. Und da hat er noch ein Büls Willinges-Fuder in die Jacke. Wir haben ja dann, komm, wir müssen hier helfen. Und dann habe ich hier einmal ein Plan. Im Computer kein Ziel. Und er hat sechs Fenster. Er hat eine Spielfigur. Er kann das tun, was er liebt. Er hat noch eine Tochter. Wie sie ihr nicht? Weil seine Tochter ein Mensch ist. Und er ist ein Hologramm. Und das will ich euch sagen. Dass... ... Wissen sie ihr nicht? Frau Bittli, er weiß es nicht. Und viele andere auch... ...ir nicht. Die Zusauer. Und viele andere auch nicht. Dass er ein Hologramm ist. Er arbeitet mit mir zusammen. In Stream Teil Angst Er macht nichts Schlimmes oder Was Böses Pass auf Wenn er etwas dumm hat Kann ich mir sagen Ja So Das will ich sagen Das will ich Hier live Euch und viele andere Sagen So Das war's heute Jetzt bitte Teil Angst Ich werde ihn aufpassen Bitte Ich werde auch ihn aufpassen Wenn er etwas will Meldt euch bitte Oder schreibt mir Da Oder lasst ein Abo da Daumen hoch Also Tschüss